Immobilienbegriffe einfach erklärt. Heute geht es um den Verkehrswert und den Marktwert einer Immobilie. Der Verkehrswert wird in § 194 Baugesetzbuch wie folgt definiert. Ein Verkehrswert wird durch ein Gutachter ermittelt und bezieht sich immer auf einen bestimmten Zeitpunkt, z.B. 1.9.2020. Dabei berücksichtigt der Verkehrswert immer die besonderen Eigenschaften eines Grundstücks bzw. mit dem Haus darauf. Dies können ein Schwimmbad sein, mehrere Garagen und Stellplätze. Es können aber auch Anbauten sein oder eine besondere Ausstattung. Der Verkehrswert bildet auch die Beschaffenheit und die Lage eines Grundstücks ab, z.B. Lage am Hang, in einem Gewerbegebiet, in einem Wohngebiet und das möglichst objektiv. Dabei bleiben persönliche Umstände des Eigentümers eines Grundstücks außer Acht, z.B. dass ein Eigentümer dringend verkaufen muss und damit der Preis einer Immobilie unter Druck kommt. Was ist jetzt der Unterschied zum Marktwert? Der Marktwert einer Immobilie richtet sich nach der momentanen Nachfrage. Es kann sein, dass ein vereitigter Sachverständiger den Verkehrswert einer Immobilie mit 500.000 Euro ermittelt. Ein Maklerbüro mit langjähriger Erfahrung, mit eigener Kaufpreissammlung, mit Marktbeobachtungsprogramm und stets mit dem Ohr am Puls der Zeit. Kommt aber zum Ergebnis, dass sich die Immobilie 10% höher oder auch nur 10% niedriger verkaufen lässt. Da gibt es durchaus noch höhere Abweichungen. Wir bieten immer eine kostenlose Marktwertanschätzung an. Rufen Sie uns an oder kontaktieren Sie uns per E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!